Wie auf der selben Seite ganz die Tür rein, die andere Seite geht hier. Ohne Gudaki, gar nicht schön. Wichtig ist, solche Techniken verdrehen nicht deinen Kopf. Jetzt ist es, ich schütze deinen Kopf. Dich schütze ich. Und ansonsten schläbe ich dich. Riechen wir. Jetzt habe ich ihn so. Hier, Zug, hier guck. In der Nahdistanz habe ich meine Hände immer offen. Als er schlägt, guck. Jetzt habe ich mit meinen Knie einen Schiff gegen das Kiefer. Geht's jetzt?